Herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Wir fahren heute das Szenario Nebel auf dem Rhein mit der Baureihe 425 auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ich wünsche euch viel Spaß. Willkommen im Betriebswerk von Duisburg. Nehmen Sie diesen Zug in Duisburg Hauptbahnhof in Betrieb und fahren Sie dann auf der S-Bahnstrecke Richtung Westen bis nach Essen. Abonniere, Liken und ein Kommentar würde mich freuen und ist kostenlos. Danke! Wir fahren heute mit Zifa und BZB. Wir fahren heute mit Zifa und BZB. Wir fahren heute mit Zifa und BZB. X2 Kostetzer Kostetzer Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020